Mein Name ist Merlin Eilers, ich darf mich kurz vorstellen, ich bin einer der Gründer des Vereins Heimatpflege, Kultur und Friedensbewegung Salzburg und wir sind heute eure Gastgeber. Laut behördlicher Anweisung müssen wir folgendes hinweisen, alle Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, müssen bitte auf den Mindestabstand achten oder einen Mund-und-Nasen-Schutz tragen. Dankeschön. Liebe Freunde, wir freuen uns riesig, dass heute hier so viele Menschen zusammengekommen sind auf diesem geschichtsträchtigen Platz, um sich auf Gemeinsamkeiten zu besinnen und um Einigkeit zu demonstrieren. Denn wir setzen hier und jetzt gemeinsam ein Zeichen für Verbundenheit in Zeiten sozialer Distanz. Wir möchten heute aufzeigen, dass wir vereint für unsere Zukunft zusammenstehen können, egal aus welchem politischen Lager oder gesellschaftlichen Schicht wir kommen, egal welche Herkunft oder Religion wir haben, egal, wir lassen uns nicht weiter teilen. In Armreich, Schwarz, Weiß, Links und Rechts. Denn wenn die Corona-Situation uns eins gelehrt hat, dann, dass wir alle miteinander verbunden sind. Deine Luft, meine Luft, dein Atem, mein Atem, deine Gesundheit, meine Gesundheit. Wir sind eine Menschheitsfamilie und uns verbindet nicht nur dieser wunderschöne Planet, sondern auch ein kollektives Bewusstsein. Als Kollektiv haben wir uns heute hier zusammengefunden, um ein Zeichen zu setzen für die Freiheit und für Eigenverantwortung. Wir laden euch ein, nicht blind zu glauben, was ihr hier von uns oder anderswo zu hören bekommt, sondern es kritisch für euch zu hinterfragen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Aufklärungsarbeit zu leisten und der Salzburger Bevölkerung ehrliche Informationen zur Verfügung zu stellen. Unter anderem informieren wir darüber, dass die Ministerialrätin Mag. Monika Donner im März 2020 eine strategische Analyse zur Corona-Situation in Österreich vorgenommen hat. Aus dieser Analyse geht hervor, dass das Coronavirus als eine schwere Grippe ohne besondere Gefahrenlage für Österreich einstuft. Diese Einschätzung sendete sie am 22. März 2020 an alle Ministerien, an das Parlament sowie an die größten Presseagenturen und Medienhäuser Österreich, also an genau jene Institutionen, welche die letzten Monate durch einseitige Berichterstattung und das Ignorieren von regierungskritischen Expertenmeinungen aufgefallen sind. Hier am Residenzplatz wurden vor 82 Jahren systemkritische Meinungen und durch das NS-Regime als gefährlich eingestuftes Wissen von den Faschisten verbrannt. Heute werden namhafte Wissenschaftler ihre Arbeiten und daraus resultierende Daten sowie Kritik am Umgang mit der derzeitigen Situation im großen Umfang zensiert, im Internet verbannt und gesperrt. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, hat unser Verein sich das Ziel gesetzt, Menschen zusammenzubringen, einen offenen, konstruktiven Dialog sowie den freien Meinungsaustausch zu fördern. Denn das Recht, die eigene Meinung ohne Angst auf Verfolgung frei ausdrücken zu dürfen, ist nicht umsonst eines der zentralen Freiheitsrechte in jeder Demokratie. Eine Demokratie, eine Demokratie lebt vom Dialog und Vielfalt. Wer Demokratie ernst meint, ermutigt zu eigenverantwortlichem Denken und stellt sich dem offenen Diskurs auch gerade in Zeiten einer Krise. Im letzten halben Jahr wurde ein Klima der Angst erzeugt. Angst vor Ansteckung, Angst voreinander, Angst um die eigene Existenz. Dadurch sehen viele ihre Mitmenschen nicht mehr als Mitmenschen an, sondern nur noch als potenzielle Gefahrenquelle für das eigene Wohl. Und wer kann es ihnen verübeln? Systematisch wurde die Bevölkerung traumatisiert durch Bilder von Hallen voll mit Särgen, durch Berichte von Leichen, die in LKWs abtransportiert werden. Das Szenario eines grausamen Erstickungstods lackert tief vor den Augen. Wie sagte unser Kanzler, bald wird jeder von uns jemanden kennen, der am Corona gestorben ist. Wir laufen Gefahr, uns durch das trennen zu lassen, was uns alle verbindet. Das Atmen. Atmen ist Leben und verbindet alle Lebewesen miteinander. Die Atmung ist unsere direkte Verbindung zueinander, Verbindung mit der Natur und Verbindung mit dem großen Ganzen. Ein und aus. Ein und aus. Es ist ein schöpferischer Prozess. Wir inhalieren Sauerstoff und transformieren diesen in Kohlendioxid, welchen die Pflanzen zum Leben brauchen und sie wandeln diesen zurück in Sauerstoff. Ein speziesübergreifender Kreislauf des Lebens, der diese unsere Welt am Leben erhält. Unser Verein Heimatpflege, Kultur und Friedensbewegung Salzburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, unsere schöne Heimat zu bewahren und allen Lebewesen zu helfen. Dazu werden wir uns ab sofort für mehr Kommunikation, Informationsaustausch und Kooperationen zwischen Gruppen, Religionen und Kulturen einsetzen. Dabei stehen eine respektvolle und achtsame Lebensweise, freie kulturelle Entfaltung, Eigenverantwortlichkeit sowie die aktive Erforschung von Friedensprozessen im Mittelpunkt unserer Bestrebungen. Denn unsere Welt ist das, was wir aus ihr machen. Lasst uns gemeinsam etwas Gutes daraus machen. Lasst uns unsere Erde wieder in den wunderschönen Ort verwandeln, der sie eigentlich ist. Lasst uns Freude, Kraft und Zusammenhalt verbreiten, denn davon kann die Welt gerade eine Extraportion gebrauchen. Und vergesst nicht, meine Lieben, keiner von uns ist allein. Schaut euch um. Wir sind das Volk und wir sind viele. Untertitelung. Dräte Peter Peter Tony Vielen Dank.